Hallo und seid ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Final Fantasy XII. Beim letzten Mal haben wir etwas in der Mine gegrindet. Wobei ich das jetzt nicht aktiv Grinding nennen würde, sondern... Ich habe die Mine erkundet, da habe ich natürlich alles mitgenommen, was geht an den Gegnern. Und hatte dann die Befürchtung zu cheaten, bis ich gegoogelt habe und den Sinn der Angriffsserien mitbekommen habe. Ja, das sieht doch jetzt hübsch aus. 21.000 Gilder, damit kann ich doch mal was anfangen. Den Mörderdurch haben wir. Ja, Bisen, Osafune, Nötige Lizenz, Katana, Lizenz, genau. Du kriegst dann erstmal die Breit... Ja doch, du kriegst die Breitaxt. Ich muss dran denken, hier Phönix-Pädern zu kaufen. Aber es ist cool, dass ich die Knochensplitter tatsächlich so hart grinden kann. Ich habe schon wieder vergessen, wie viel ich da gerade bekommen habe, aber es war 13.000 oder so. Es war eine ganz schöne Hausnummer. Erstmal ausrüsten. So, und dann können wir mal. Okay, hat immer noch ein bisschen mehr. Das hat auch ein bisschen mehr. Naja, scheiße. So. Okay, ich muss kurz ausrüsten. Also, du kriegst einen Hörnerhelm. Und ein Kettenhemd. Das hat hier echt gute Funktionen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne, den wollte ich mir genau auf Vorrat bewahren. Falls ich irgendwie eine Schild-Lizenz noch erwerbe für einen von meinen Charakteren. So, dann da rechts lang gibt es einen Gemischwarenladen. Da will ich noch hin. Ja, ich habe ganz, ganz dringend Phönix-Pferden brauche. Die letzten Aktionen, die haben ja... Da doch ein bisschen... Ein Loch in die Tasche gerissen. Erstmal 50 Phönix-Pferden kaufen. Gut, 40 ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich habe das Geld. Weißt du, ich bekleide mich die ganze Zeit, dass ich kein Geld habe. Und... 40 Phönix-Pferden, gib ihm! Und ich bezweifle nicht mal, dass ich die vielleicht sogar brauchen werde. Hey, meinte Kelly. Engel, jawoll, danke. So, wo können wir noch hin? Da unten. Dort können wir Techniken kaufen. Thaddeus, Techniken! Wenn wir die Technik haben, dann können wir auch zum Palast gehen. Oder was das da für ein Haus ist. Villa, whatever. Cou-Pou! So, oh ja, Lizenzen. Genau, die wollten wir auch noch verteilen. Uh, ATB-Bunds. Rote Hydra. Mehr Durchschlag. Mehr Durchschlag. Und danach spreche ich auf dem ATB-Bonus. Mehr KP. Mehr Durchschlag. Mehr KP. Weißmagie-Lizenz. Engel, sehr schön. Neue Gambit-Zeile. Süß. Ah, sehr gut. Oh, dir kann ich auch was geben. Aber jetzt gucke ich mal. Fünf... Ne, drei gibt es maximal, ne? Ups. Zwei. 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 Also, ah lol, das ist jetzt alles Schattenstoß, was ich darf, okay. Oder? Schattenstoß. Ja, scheint alles Schattenstoß zu sein. Ich habe hier jetzt nicht ganz. So, wie komme ich dann hier oben ran? Das ist die nächste gute Frage. So, ein paar KP dazu. Weil es hier nicht auch irgendwo eine Schattenstoß-Lizenz oder so? Weil es hier oben war eine. Ah, Schattenstoß ist der Anfang und hier kommt dann als nächstes Kasar. Okay. Ja, ich fühle mich so langsam rein, halt das Gefühl. Weiß, am Ende stimmt es gar nicht. Weil ich stelle mich wie der erste Mensch an. So, und da können wir jetzt noch ein paar Gambit-Zeilen kaufen. Habe ich mal wieder mein ganzes Geld raus. Okay, Schultertasten und so weiter funktionieren nicht. Okay. Okay. Nehmen wir das noch mit rein. Weil dann kann ich sozusagen die ganze Zeit Vita-Casten lassen, wenn die MP größer sind. Beziehungsweise das ist hier einschränken. Siehst du und Fran. Ja. Kampfunfähiger Gefährte. Wird geängelt. So. Seine eigene MP größer gleich 90%. Bieter. Gegner mit TP größer gleich 70%. Beziehungsweise. Feuer. Von der eigenen MP größer gleich 70%. Feuer. Ah, boah, ich sammle Lizenz, genau. Ich hoffe, dass das Synergie passiert, was ich da gerade eingegeben habe. Wenn ich tue es mir leid. So, und da oben muss ich jetzt hin. Will ich sonst noch irgendwas? Ja, da ist noch die Taverne. Gehen wir noch mal in die Taverne und holen uns... Mal gucken, ob es da noch eine Quest zum Abholen gibt. Zur schwebenden Wolke. Äh, klick, klick. Da. Es gibt keine neuen Jagdgesuche. Ja, das ist doch... Das ist doch schön. Schön, dass wir jetzt mal alles haben. Dann geht's. Jetzt weiter. Seine Exzellenz, der Mackie erwartet euch bereits. Folgt mir. Seid ihr nun bereit? Seine Exzellenz ist bis zum Sonnenuntergang mit anderen Aufgaben beschäftigt. Ihr werdet warten müssen. Bitte folgt mir. Exzellent. Boah, sieht das krass aus. Hat was von FR-15. Sir Bosh von Ronsenberg. Es war nicht so lange vor, dass ich erwähnt habe, dass ihr geschützt worden seid. Und das ist der einzige Grund, warum ich Wunderschöne schreibe. Also du bist der Schwierer, den er über meine Hände strangt. Vain hat nicht ein Ding zu schlangen. Und? Ein Liedler der Ressenten hat in imperialen Hand fallen. A woman by the name of Amalia. I would rescue her, but I need your help. This Resistance leader, this Amalia, she must be very important. You understand, I have my position to consider. Would you let us see Larsa? He's got my friend with him. I'm afraid you're too late. Lord Larsa's cortege has already rejoined the Imperial Detachment. I am told they will depart for Rabba Nastar upon the arrival of the fleet this eventide. No. 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 Was sind wir für dich? Was sind wir? 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 Wir sind Sie, wir sind … Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020